servus leute ja wir sind wieder zurück bei watchdogs diesmal ein bisschen anders als sonst ich muss das nur kurz überprüfen weil ich streame das auch jetzt gleich live und nehme das auch noch gleichzeitig auf tut mir kurz leid ich muss kurz stampeln machen ich muss kurz schauen ob alles funktioniert schaut gut aus und ja ich streame das live weil mein aufnahmeprogramm watchdogs nicht mehr haben will wieso das so ist kann ich euch jetzt nicht wirklich sagen weil der will den afterburner nicht deswegen streame ich jetzt mal eine zeitlang und werde das dann in teile schneiden ja es war eh gewünscht die idee auch dass wir watchdogs streamen sollen und nicht mehr so ich muss nur kurz den ganzen stream und so weiter noch aufmachen nebenbei dass ich einen chat habe auf meinem handy weil mir fehlt ja der zweite bildschirm leider so ja wir sollen das streamen oder beziehungsweise ich soll das streamen beziehungsweise ja und dann hochladen auch auf youtube das werde ich jetzt machen weil eh das problem ist mit dem aufnahmeprogramm es stürzt mir jedes mal das spiel ab und ich finde das ziemlich kacke ich hoffe nachher wenn die ersten zuseher dabei sind dass man die sagen können wie der stream läuft und wie diese aufnahme ist ja es wird halt von der qualität her nicht so toll sein wie letztens halt wie die letzten male aber wir machen gleich mal die exklusiv aufträge weiter das war ja gewünscht beziehungsweise habe ich auch vor dass ich das mache und dann sozusagen irgendwann ja die online aufträge ein bisschen im live stream ob das nachher alles auf youtube wird ich so zwar schon hochladen aber ich weiß noch nicht wie ob ich jetzt nur direkt nachher die in den stream hochlad oder ob ich dann irgendwie die datei einzeln zerschneide auf barz und dann mit barz versehe oder so und so so exklusiv auftrag willkommen wir können jetzt gleich noch mal schauen ich habe jetzt schon länger nicht auf na 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 habe ich nicht habe ich nicht so jetzt weiß ich nur nicht so da wollte ich eigentlich in den fortschritt 85,9 prozent uns fehlt noch zwei qr codes songs nix wäre einiges als erst exklusiv auftrag hätte ich gesagt und dann schauen wir weiter so wir sollten was hat denn der da nimm dein handy raus hast du es jetzt hier draußen jetzt nicht noch das wollte ich nicht egal rennen weiter das war jetzt ein bisschen fehler blackout so das blöd ist ich habe jetzt keine anzeige wieviel frames ich habe und so weiter und so fort ich hoffe dass der stream nicht abkackt wenn nicht muss ich kurz noch mal beenden und den irgendwie neu starten weil ich habe jetzt mal eine umstellung gemacht ein bisschen von der qualität weiter hinauf weil das wär cool wenn nachher irgendwer im chat ist und mir dann nachher schreiben könnte ich weiß noch ein der jan hat gesagt er hat zeit schaut sich das nachher an mal schauen ich bin gespannt ich hoffe es passt auch mit dem ton her und so weiter das ist halt alles jetzt ein bisschen mühsam zu einstellung sachen das kann ich auch nicht nach bearbeiten mehr bei beim ops ich weiß ich mag es nicht gerne aber geht halt nicht an seitengasse geht halt nicht leider anders und ich hoffe dass das halbwegs gut ankommt trotzdem noch so bei 100 prozent werden es wahrscheinlich nicht werden aber zumindest die exklusiv aufträge die noch sind fertig machen und was es sonst noch so gibt so ich habe immer stand bilder im stream ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist oder ob das bei euch allen so ist so wir haben gesellschaft wir sollen verschwinden zahl ziel wird lokalisiert zwei sind nur nicht muss ich den töten aber jetzt zu wenig zu gehört weil ich so mein stream nebenbei beschäftigt ja genau ich nehme sicher kein motorrad hundertprozentig nicht ja danke mal entkommen oder so das erste auto ist hin bis hin vorbeikommen schauen wir gleich dass wir den helikopter runterkriegen das ist halt nicht das perfekte auto dafür so nah davon ist schon wieder einer so kann ich da runterfahren so bleibt stehen nein das wollte ich nicht hin das bringt nichts daran nein 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 leute rumfahren ist auch schlecht ich weiß noch nicht wo ich jetzt wo ich weiß schon ich könnte darüber fahren die brücke mal drehen drehen drehst du die brücke bitte so so ich will die brücke gleich wieder zurück drehen so jetzt muss ich nachher noch den helikopter runter so das mal weg perfekt die brücke drehen wir wir müssen ihn platt machen ich fahre ihm in die seite achtung und dann probieren wir dass wir da wieder rüber kommen und sofort wieder drehen schnell drehen die brücke perfekt abgehängt oder würde ich sagen das war jetzt nicht gut so schnell den helikopter na sag jetzt nicht sieht der helikopter mich aber sie haben mich noch nicht anvisiert das ist irgendwie komisch ich bin halt jetzt dumm auf einer insel wo ich nicht wirklich wegkomme aber ich glaube wir sind entkommen perfekt entkommen sie den cops und folgen sie das zum daten stellen jetzt ist das problem wir müssen nur irgendwo runter da drüben wäre ein boot ich glaube das werden wir am sinnvollsten nehmen so ganz kurz schaue ich jetzt aber nachher einmal auf den stream halt auf auf den chat ob er schon dabei ist so ganz kurz man noch keiner schade ich hoffe es passt alles schreibt mir das bitte auf jeden fall sobald irgendwer da ist ja natürlich sie wisst es ja nicht ob er hört sich das jetzt noch nicht ich hoffe es kommt jetzt nachher gleich die ersten halt die mails sind schon rausgegangen ich hoffe dass jetzt normalerweise kommt eine facebook page halt nachricht und eine twitter nachricht an euch alle gesendet das macht das automatisch so den haben wir jetzt sollte ich da irgendwo ein auto mal kann ich da rauf ja ich würde da mal sagen da gehen wir rauf so schiff gepackt oder bötchen gepackt na spring runter so jetzt brauchen wir da ein auto da ist um so versteck normalerweise steht da immer ein auto herum und das auto ist eh nicht so schlecht so jetzt müssen wir nur auf die straße kommen irgendwie und das blöde ist da auf die straße zu kommen ist nicht so einfach weil das ja autobahn ist nein so da rüber und dann sollte man eigentlich irgendwann rüber kommen auf die straße da kann man ihn nicht durchscheißen na das ist jetzt für den arsch gewesen hack entdeckt na super da fahren wir jetzt mal raus so jetzt holen wir sich den na super nein ich glaub ich hab das gemacht das ist jetzt ganz beschissen sorry dass ich das jetzt so sagen muss ja ha ha ja das ist verloren das müssen wir noch einmal machen hab mich komplett verfahren einfach das war blöd und servus fabi kannst du mir bitte sagen ob der stream passt oder nicht halt ob die soundqualität von der sound lautstärke und so weiter und so fort halbwegs okay ist nett dass ich das weil ich will das nachher auf youtube hochladen da mein liebes aufnahmeprogramm jetzt auf einmal nicht mehr watchdogs aufnehmen will so und wenn wir oh scheiße ich hätte mir ein schnelleres ich hätte mir doch einen rennort da komm ich ja nicht nach mit dem so ja es geht doch mit dem auto halbwegs auch er ist zwar nur schnell in der beschleunigung nein wieder entkommen dumme kurve so jetzt lassen wir ihn nicht mehr weg ah der hat sich gerade noch ausschalten können Glück gehabt beziehungsweise ist gerade drüber gestanden dass es deaktiviert waren hier kommt verstärkung so scheiße hast du das gesehen ja habe ich weil ich habe es in die luft gejagt äh nicht außer kontrolle geraten so äh farby bist du noch da ja augen auf der ist clever er kann nicht weit sein seht euch um zu so ich fahr jetzt kurz einmal aus dem bereich raus dass die weg sind auf das euch jetzt fast ok passt perfekt mal ah der will eh auf der seite bleiben na 35 meter darf es nur sein mit mit unseren kleinen rennflitzer gegen einen sportwagen sorry der unfall hat sein müssen 92% komm 95 98 komm ja perfekt so den müssen wir jetzt ausschalten so einfach geht das ich soll den fixen entkommen und dann werden wir ihnen entkommen vor allem sein wagen so das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd wo fahren wir entlang ich würde sagen einmal nach links so einmal einen ausgeschalten da ist der nächste wow 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 das war so jetzt haben wir ziemlich alle weg jetzt müssen wir nur mehr grad aus weiter und aus dem bereich raus fahren ich hab ihn verloren perfekt äh bin anwesend äh ja wie schaut die qualität aus kannst du das schreiben bitte ich ja ja genau schreib mir das bitte kurz wie die qualität ist ob die soundqualität soundstärke und so weiter passt wegen ein aufnehmen dass es nachher auch sinnvoll auf youtube rüber kommt einmal bitte nur kurz in den chat schreiben ob eh alles passt und halbwegs die qualität von stream auch dass der nicht lag oder sonst irgendwas ich hoffe das passt so da sollen wir es uploaden wird hochgeladen perfekt ich weiß nicht schreibt sie mir nicht zurück wenn ich was frag ich hoffe es passt alles es ist halt ein bisserl komisch jetzt gerade danke danke der zack da hat du unseren respekt wir verbeugen uns vor dir vielen dank für deine mühe jetzt trauen wir dir nimmst du auch an unserer siegesseier teil cool äh so ich würde jetzt ganz kurz in den chat rausgehen und nachfragen so ich bin gespannt ob das jetzt funktioniert oder nicht keine ahnung äh schreibt mir keiner zurück schade so wir haben das siegesfeiert soll ich teilnehmen oder sonst was wir hätten wo haben wir den exklusiv auftrag dann da unten hätten wir den letzten noch irgendwo so da sind noch konvoi 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 oder fix aufträge halt so wo bin ich eigentlich da bin ich da oben ist der nächste exklusiv auf 3